Schweinis Podcast. Und rieb fröhlich drauf los. Doch aus irgendeinem Grund kam dabei kein geriebener Apfel bei raus, sondern eher eine undefinierbare Pampe, die nach kürzester Zeit braun wurde und überhaupt nicht mehr essbar aussah. Nachdem ich dieses etwas von Apfel einige Zeit begutachtet hatte, beschloss ich zum Supermarkt zu fahren und mir fertiges Apfelmüsli zu holen. Auf dem Weg vom Parkplatz zum Supermarkt begegnete ich einem kleinen Mädchen mit ihrer Mutter. Sie starrte mich seltsam an und sagte dann lautstark zu ihrer Mutter, was hat denn die Tante da im Gesicht? Ihre Mutter sah mich an, fing an zu grinsen und zog ihr Kind hinter sich her auf die andere Straßenseite. Ich wunderte mich und wusste nicht, was ich denn da im Gesicht haben sollte. Also gucke ich mich im Fenster an und sah es. Ich hatte den Enthaarungsstreifen auf meiner Oberlippe vergessen abzumachen. Peinlich berührt hielt ich mir die Hand vor den Mund und zog den Streifen ab, der auf meiner Lippe prangte und an einer Seite schon hochgerollt war. Warum muss ich auch mit einem Damenbart geplagt sein? Nachdem ich mich versichert hatte, dass niemand etwas von dieser Aktion mitbekommen hatte, ging ich in den Supermarkt. In der Tiefkühlabteilung, die mal wieder umgeräumt war, fand ich kein Apfelmüsli. Nach 20-minütiger Suche gab ich auf und ging zu einer Verkäuferin. Was wollen Sie denn haben? fragte sie mich, Kaugummi kauend und genervt guckend. Apfelmüsli bitte, ich hab schon gesucht, aber ich hab keins gefunden. Können Sie nicht gucken, Sie stehen doch direkt davor, fuhr sie mich an, wie ich fand eine Spur zu laut. Ich wurde mal wieder rot wie so oft, schnappte mir das Apfelmüsli und machte mich auf den Weg zur Kasse. Ich freute mich, da ich endlich mal eine Kasse fand, an der nur zwei Personen vor mir standen und wartete. Sehr lange wie sich herausstellte, denn die Kasse fiel aus. Nichts ging mehr. Die anderen Kassen waren aber so überfüllt und da mir versichert wurde, innerhalb von fünf Minuten sei wieder alles in Ordnung, blieb ich stehen. Ich sah mir die Überraschungseiständer an und versuchte zu raten, in welchem ein Nilpferd auf Kreuzfahrt war. Neugierig wie ich war, kaufte ich zwei Eier und legte sie mit auf das Band. Aus den fünf Minuten wurden zehn, dann fünfzehn. Ich wurde langsam ungeduldig. An den anderen Kassen ging es weitaus schneller. Ich schnappte mir meinen Wagen und bog rasant um die Ecke, um an eine andere Kasse zu kommen. Zu rasant, wie sich herausstellte, denn ich rammte mit meinem Einkaufswagen einen Ständer mit nach Pfirsich duftenden Toilettenduftspendern. Bei meinem Versuch, den Ständer wieder aufzubauen, trat ich auf einen Toilettenduftspender und um die ganze Kassengegend breitete sich ein Duft aus, der leider nicht nach Pfirsich, sondern dann doch eher nach Toilette duftete. Die Verkäuferin, die mir vorhin das Apfelmüsli gezeigt hatte, kam angelaufen und schrie mich an, Können Sie nicht aufpassen? Sie haben ja wohl gesehen, dass das Ding da steht. Das müssen Sie jetzt aber kaufen. Ich gab jegliche Argumentation auf, legte den kaputten Toilettenduftspender in meinen Einkaufswagen und stellte mich wieder an einer Kasse an. Natürlich nicht ohne die hämischen Blicke der anderen an der Kasse stehenden Leuten zu übersehen. Nachdem ich dann nach einer Viertelstunde doch noch einmal an die Kasse kam und bezahlen konnte, beschloss ich von nun an, woanders einzukaufen. Zu Hause suchte ich verzweifelt nach einem sauberen Löffel, doch es war keiner zu finden. Meine ganzen Löffel lagen noch in der Spüle. Teilweise mit Kakao, teilweise mit Spaghetti-Fleisch-Soßenresten verklebt. Also musste ich erst mal abwaschen. Nachdem ich dann damit nach, wie mir vorkam, unglaublich langer Zeit fertig war, setzte ich mich in meinen Kuschelsessel und löffelte mein Apfelmüsli. Doch irgendwie schmeckte es komisch. Ich ging in die Küche, öffnete den Mülleimer und zog den Deckel des Müslis mit spitzen Fingern und skeptischem Blick heraus. Das Verfallsdatum war vor fünf Tagen. Angewidert schmiss ich das Müsli weg und setzte mich schmollend vor den Fernseher. Um diese Zeit kamen nur Talkshows. Aus Langeweile guckte ich mir eine über Menschen an, die Beziehungen zu ihren Haushaltsgeräten hatten. Dabei bekam ich so tiefe Einblicke in die menschliche Psyche, dass ich beschloss, jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, zu fragen, ob er irgendwelche ausgefallenen Beziehungen zu technischen Geräten, welcher Art auch immer, hat. Eine Stunde später klingelte das Telefon. Huhu, mein Wuschelpuschel, meine Oma. Hallo, Omachen, warum rufst du an? Na also, darf eine Oma nicht einfach mal ihren Wuschelpuschel anrufen? Oma, du hast noch nie ohne Grund angerufen. Ja, Kindchen, da hast du wohl recht. Weißt du, ich bin so alleine und dachte mir, ich komme heute Nachmittag mal zum Kaffeetrinken vorbei. Oma, heute ist das schlecht. Eine Freundin von mir kommt und wir wollen... Kindchen, ich bin um 15.100 Uhr da. Ich bring auch Kuchen mit. Also bis dann. Oma, warte. Tut, tut, tut. Toll. Ganz toll. Ich hasse Leute, die meinen, sich selbst einladen zu können. Ich rief meine Freundin an und erzählte ihr von dem Überfall meiner Oma. Doch sie lachte nur und meinte, dass es bestimmt lustig werden könnte. Ich konnte da nicht recht dran glauben und beschloss erst mal meine Wohnung aufzuräumen. Was, wie sich herausstellte, auch mal wieder bitter nötig war. Unter der Couch fand ich einige Chips, die in den lustigsten Farben leuchteten. Vorwiegend grün und grau. Und unter meinem Bett hatte sich, seit den zwei Monaten, wo ich das letzte Mal aufgeräumt hatte, eine Staubschicht von ungefähr 5 Zentimetern Höhe angesammelt. Doch dann, nach zwei Stunden intensiven Aufräumens und einigen neuen Erfahrungen über die verschiedenen Stadien des fortschreitenden Schimmelns, sah meine Wohnung seit langem mal wieder menschlich aus. Danach machte ich mir noch einen Nudelsalat für abends. Ich hatte noch eine Stunde Zeit, bis meine Freundin und meine Oma kommen würden und ich beschloss noch ein bisschen Fernsehen zu gucken. Schon wieder Talkshow. Diesmal das Thema, was tun gegen Inkontinenz. Eine Frau, 44 Jahre alt, erzählte von ihrer Methoden, gegen eventuelle Blasenschwäche vorzubeugen. Sie wendet die Saugmethode an. Der Moderator fragte, wie die denn aussehen würde, und die Frau fing an zu erklären. Sie legt sich auf den Boden oder aufs Bett. Wahlweise. Ist das zweite nicht vorhanden, muss das erste reichen. Dann winkelt sie die Beine an. Atmet einige Male tief ein und stellt sich vor, dass sie mit den Schamlippen eine Nudel einsaugt. Ich ging in die Küche, holte Kartoffeln aus dem Keller, schälte sie, machte einen Kartoffelsalat und schmiss den Nudelsalat, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, in den Mülleimer. Ich glaube, ich werde eine lange Zeit brauchen, bis ich wieder fähig bin, Nudelsalat ohne irgendwelche Hintergedanken zu essen. Dann klingelte es auch schon. Mein Wuschelpuschel, schrie meine Oma mir ins Ohr, während sie mich drückte, als ob sie mich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hätte. Oma, du tust mir weh, presste ich aus zusammengekniffenen Lippen hervor. Och, Kindchen, stell dich mal nicht so an. Du sollst mich doch nicht immer Kindchen nennen, du weißt, wie ich das hasse. Ach, Kindchen, warum denn? Stellte sie sich ahnungslos. Ich gab auf, sie davon zu überzeugen, dass ich nicht mehr fünf bin, und nahm ihr den Mantel ab und hängte ihn auf. Hättest ja ruhig mal aufräumen können, wenn du schon weißt, dass ich dich besuchen komme, sagte sie mit einem Gesicht, als ob es eine persönliche Beleidigung gegen sie sei, dass ihr die Wohnung nicht sauber genug war. Oma, ich habe aufgeräumt, stöhnte ich. Hm, Kindchen, das sieht aber nicht so aus, sagte sie und strich mit ihrem Finger prüfend über den Fernseher. Ich verdrehte die Augen und ging in die Küche, um Geschirr zu holen. Was willst du denn mit dem Geschirr, Kindchen? Hast du uns Kuchen geholt? Das ist aber lieb von dir. Ich starrte sie entgeistert an. Oma, du hast gesagt, du bringst Kuchen mit. Kindchen, wie kommst du denn auf solche Ideen? Ich kann mir das doch gar nicht leisten von meiner kleinen Rente. Oma, du hast gesagt, du bringst Kuchen mit. Nein, Kindchen, da hast du wohl mal wieder auf deinen Ohren gesessen. Ich weiß ja wohl noch, was ich sage, sagte sie schnippisch und ließ sich in einen Sessel fallen. Ich habe noch Kartoffelsalat. Wollen wir den essen? Rief ich aus der Küche. Wenn du dich um nichts kümmerst und noch nicht mal Kuchen besorgst, wenn deine Lieblingsoma kommt, dann müssen wir den wohl essen. Ich hätte manchmal wirklich nicht übel Lust, meine Oma gegen die Wand zu klatschen. Doch ich wollte keinen Ärger. Also legte ich mein Warum kommst du eigentlich, wenn du sowieso immer nur meckerst Gesicht ab und legte mein Oma, du bist einfach die beste Gesicht auf. Und da klingelte es auch schon an der Tür. Endlich war meine Freundin da. Sie hatte den neuen Dessous-Katalog mitgebracht, den wir zusammen angucken wollten. Sie stellte ihre Tasche auf den Wohnzimmertisch und wollte mir beim Vorbereiten helfen. Wir hantierten einige Zeit in der Küche rum und kamen dann, voll beladen mit Broten, Kartoffelsalat und Geschirr wieder. Zu meinem Entsetzen hatte meine Oma, die nebenbei bemerkt neugierig ist, wie kein zweiter Mensch auf Erden die Tasche meiner Freundin durchsucht und den Katalog gefunden. Oma, was zum Teufel hast du da? fragte ich entsetzt. Da sind wirklich nette Sachen drin, Kindchen, sagte sie ohne vom Katalog aufzugucken. Oma, das geht dich doch gar nichts an, sagte ich, langsam panisch werdend. Ich warf einen Blick auf meine Freundin, doch die stand nur neben mir, die Schale mit Kartoffelsalat in ihren Händen und grinste vor sich hin. Ich fand das hier alles allerdings gar nicht zum Grinsen. Kindchen, du kennst doch Wilfried. Wilfried? Wer soll das sein? Na, der Wilfried, mit dem ich immer Karten spiele. Kanasta, du weißt schon. Der, der meint, du wärst so süß wie eine Zartbitterpraline. Ich erinnerte mich an diesen Kerl, der mit 60 irgendwas Jahren immer noch meinte, Frauen in meinem Alter begrabbeln zu müssen. Er war einer dieser Typen, die in billigen Filmen die Männer spielen, die arbeitslos und bierbauchtragend die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen. Ja, Oma, ja, ich weiß, wen du meinst. Was ist mit dem? Er hat mir gesagt, dass er Tengos mag. Vielleicht sollte ich mir auch einen zulegen. Was mag er? Tengos? Was ist das denn? Na, diese Dinger hier, sagte sie und zeigte mit den linken, schrumpeligen Zeigefinger auf einen Tanga. Oma, du willst dir ja wohl keinen Tanga kaufen? fragte ich entsetzt. Warum denn nicht, Kindchen? Findest du etwa, ich bin zu alt für sowas? Wilfried meint, ich würde aussehen wie eine junge Göttin, sagte sie, vollkommen überzeugt von sich selbst. Ich gab es auf. Ich wollte nicht darüber diskutieren, ob meine Oma eine junge Göttin war, Tangas trug oder sonst was. Ich stellte das Geschirr auf den Tisch und setzte mich hin. Meine Freundin stellte den Salat auf den Tisch und wir fingen an zu essen. Nebenbei ließen wir den Fernseher laufen. Es war gerade Werbung und zwischen Pampers, Duschgel und Autos kam genau die eine Werbung, die nicht hätte kommen sollen. Jede Werbung bloß nicht diese. Fertigsuppe aus Dosen. Und da ging es auch schon los. Also ich weiß nicht, was diese Leute sich dabei denken. Fertigsuppe. Ich hab sie einmal gegessen und sie schmeckt wie Wasser mit Salz. Aber nicht wie Suppe, als ich noch klein war, gab es nur kräftige Suppe, die man fast noch kauen musste, weil sie so voll mit Fleisch und allem war und nicht so eine Dosenplörre wie heute. Früher war sowieso alles besser. Viel besser. Die Jugend war noch gut erzogen und bestand nicht nur aus Rotzbängeln wie heute und die Männer waren noch Gentleman und nicht so wie heute. Wir haben uns damals nicht mit so viel Skrammelkram beschäftigt. Zum Beispiel einmal. Ich hörte nicht mehr zu und versuchte irgendwie, mich auf das Fernsehprogramm zu konzentrieren. Gedanken verloren aß ich meinen Salat und grübelte darüber nach, wie Tangas an meiner Oma aussehen würden. Als ich mich bei diesem Gedanken erwischte, schüttelte ich erschrocken den Kopf. Und dann war alles wieder gut, aber nichts ist mehr so wie früher. Warum schüttelst du den Kopf, Kindchen? Findest du das nicht? Doch, Oma, sicher. Ich hab bloß gerade an etwas gedacht. Und an was? Ach nicht. So wichtig. Hm. Es ist schon spät. Soll ich dich nach Hause bringen? Kindchen, willst du mich loswerden? Das finde ich aber nicht wuschelig von dir. Aber ach, da fällt mir ein. Ich treffe mich ja heute sowieso noch mit Wilfried. Okay, Oma, dann bringe ich dich nach Hause. Zwei Stunden später, meine Oma war endlich zu Hause und machte dort mit Wilfried irgendwelche Sachen, die mich auch nicht wirklich interessierten. Und meine Freundin war auch weg. Wahrscheinlich mit dem Vorsatz, nie wieder zu mir zu kommen. Sollte auch nur die geringste Möglichkeit bestehen, dass meine Oma vorbeikommt, saß ich auf meinem Sofa und las mein Horoskop. Sie werden heute einen Tag voller Überraschungen erleben. Sie werden einen lustigen Tag haben. Na, wunderbar. Lustig ist irgendwie das falsche Wort für diesen Tag. Ich fand ihn alles andere als lustig. Ich sitze auf dem Sofa, schaufle Chips in mich rein und sehe wieder Fernsehen. Doch irgendwie kommt wieder nur Quatsch. Ich schalte ihn aus und gehe ins Bett. Morgen wird die Welt untergehen. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Noch so ein Tag wie heute ist wirklich nicht möglich. Kurz bevor ich einschlafe, denke ich, ob ich mir vielleicht eine Nudel... Nein, doch nicht. Gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Für weitere Geschichten abonniert meinen Kanal. Auf der rechten und linken Seite gibt es weitere fesselnde Geschichten. Auf der rechten und linken Seite.